Ja, irgendwie ist mir da was abgestürzt gewesen anscheinend, aber wir machen jetzt gleich weiter hier, wo wir aufgehört haben hier, ja, wir sind hier wieder bei Enslaved, Journey to the West, Quatsch, das war ja falsch, äh, wieso, sag ich dir mal falsch, Odyssey natürlich, so. Und hier am Schrittplatz, hier mit Pixi, so, ähm, ja, mich wundert echt, was das war, dass, naja, in der andere Folge gibt es deswegen jetzt halt auch keine Verabschiedung, weil eben, oh, oh, nein, 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 eh, ah, 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 ah. Verdammt. Mist. Ich hasse Gegner, die einfach... Ja, darf ich dir gar nicht... Mh, schon mal hier nochmal machen. So, äh, was... Ha! Moment. Äh... Seid ihr alle im Kringeln? Ja. Ne. Als... Als erstmal Ablenkung. Dann die MP. Genau, good night. So. Der hier kippt's wieder ab. Kommt der hier auch noch. Bäm. Ja, genau. Rest in Pieces. Also, in Stücken. Ähm, MPs ausgewählt. Ja. Ja, MP, MP, MP. Jawoll. Und drüber ab. Oh. Was? Ach, B. Ein Hebel ist das. Ah, da geht die Tür auf. So. Ja. Es ist wie die Guts eines Robot-Monsters hier. Und es ist aus meiner verdammten Sprengel. Gern muss nicht Federn. Ah, ha, ha, ha. Äh, Deckung! Warte mal. Nein. Schmeißt du ihn schon hier rüber, oder? Hm. Ja. Ja, toll. Geht nicht. Andern so. Äh, einmal rüber weg. Äh, beruhig dich, hopp, heil dich, heil dich, heil dich, heil dich. Und drüber weg. So. War's das? Na, ich glaub vorläufig, ja. Hier geht's lang. So. Trouffles, I think I need to take a breather. I haven't eaten since my mid morning after breakfast snack. Pff. Ach, du bist doch fett genug, also brauchst du jetzt nicht essen. B. Irgendwie Schiss, dass da jetzt hinter jemand raus springt. Woah, jetzt sind wir eingesperrt, natürlich. Das ist ein Elektro-Mech. Ah, toll. Better make sure I pick the right tool for the job. Äh, Elektro-Shocker und EMP wirken nicht gegen... Äh, toll. Okay, dann... Mach mal Ablenkung. Oh. Äh. EMP. Jawoll. Au, 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 au. Äh. Ach, okay. Ach, okay. Ich dachte hier explodiert sich was. Du bist weg. Genau ins Auge. Da haben wir's jetzt, ja. Äh, ist da ein Hebel? Ja, da ist ein Hebel. Ein Hebelprojekt hier. So. Türchen auf für das Schwein. Ja, durch. Äh, wo geht's lang? Da geht's lang, ja. Äh, wo geht's lang? Da geht's lang, ja. Äh, ja. Äh, hallo? Ah, jetzt. Es ist ein Rooftop-Party. Ja, ein... Ja, eine, 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 ja. Dach-Party. Genau. Also das Ding brauchen wir. Okay. Bloß ist das Problem. Ja, äh, wir springen jetzt die Party. Äh, das sind die zwei doofen ollen Robys hier. Feuer. So, äh, nein. Ah. Ich hab mich wieder totgeschossen. Äh, dann machen wir das anders. Ähm. Ablenkung. Halt. Ah. Ablenkung. EMP. Ja, Rübe weg. Rübe weg. Und, äh, Zielfeuer. Feuer. Äh, beruhigt dich auch. Ich war fast wieder tot. Ja, und hier, äh, Rübe weg. So. Noch jemand? Nö. Okay. Okay. So, das Ding brauchen wir. Die Fätern. Mhm. 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 Ja. Mhm. Okay. Also, Trouble soll jetzt da bleiben. So wie ich das kapiert hab. So wie ich das kapiert hab. Oh, wie sind wir denn jetzt? Organisiertes Chaos. Oh je. Oh je. Ja. Ja. Ja müh. Ja. 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 Na meinst du das mit mir etwas vorerst. Ja. Amen. Ja. Ich glaube ich habe einen Kohlater. Du bist jetzt die Dirty-Werk, Fubi. So. Äh... Nee, so. Hahaha. Ich glaube das ist... Das ist meine Lieblingssaffe. So, äh, dann machen wir nochmal hier das, äh, hier machen wir mal so'n, äh, Köder. Peng! Und Peng! So. Ja, du dummes Geschütz regt dich ab, äh, ja, Truffles, geh mal aus dem Weg. Kann ich vielleicht das Geschütz irgendwie, dass das, äh, so, hehehe, halt, ah, puh, war knapp. So, äh, legen und mit X. Aha, wenn. Na, den Turm kann ich natürlich nicht kaputt machen, toll. Schade, 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 schade. Aber ich kann... Ah, jajajaja. Ah, schnell weg. Ähm, wo geht's denn hier weiter? Geht's hier irgendwo hoch? Äh, oder war ich da drüben? Er ist schon richtig. Wart mal, äh, Köder, genau. Halt! Falsch! So. Boah. So, Köder, lad auf, bitte. Ähm. Halt! Wieder mal falsch. Äh, hm, okay, nee, wir werfen den da. Da hin. Ja, äh, Feuer. So, was ist das? Ah, ein Snack. Ja. Wo geht's denn? Ah, da geht's auch. Wo geht's denn? Und weiter. Und hier lang. Oh. Oh. I can't wait to get back in the workshop. Put my new body together. Äh, wo geht's denn weiter? Ah, da drüben. Aha. Ähm, jetzt checken wir mal die Lage. Ähm. Da ist dieser komische Mech hier. Mal schauen, wie weit er läuft. Ja, nicht weit genug. Das Ding kann man nicht werfen. Das ist der Blödsinn. Ähm. Ähm. Äh. Warte mal. Hm. Nicht das. Hierhin, die. jawohl macht den mal fertig genau jetzt machen wir köder zum breiten scheine für you da verdammt das war nix ich vergesse immer diesen persönlichen mp da wo er noch hat also nochmal von vorne hier hoch dann legen wir das hier ab ja falsch ich bin nicht da übrigens verschwinde endlich noch mal ach so ja der ip hat auch ein auflader dinge das war dumm dass der 10 hinten rum kam also noch einmal das müssen wir ein bisserl besser hinkriegen noch ja ich bin tot okay das war auch nix so nicht hudeln das klappt schon noch also da bin ich sicher warum trinke immer die falschen tasten so dann geht mal geht denn der 10 da moment mal imp Quatsch, hier, das hier, äh, Quatsch, äh, verdammt, so, jetzt, äh, ja, so, der ist kaputt, äh, den kriegen wir auch noch, peng, hat er mal Guckuck gemacht, ja, und dann hab ich ihn gleich abgeknallt. Da ist ein Hebel, bäh, äh, super, jetzt bin ich in einer scheiß Position, ducken, puh, äh, Ablenkungsmanöver, äh, Quatsch, das hier, einmal, einmal, na, das seh ich nicht, so, ja, geht doch, puh, na, hier geht's doch runter, oder, ja, man, 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 man ist das wirklich nicht ganz einfach, ne, besonders wenn ich mir die falschen Knappe drücke. Die Refinnerie, äh, ducken, Moment mal, äh, den hier und, äh, ach, das hat gar nicht, ah, da war nicht im Bereich, verdammt. So, na, ich warte hier, bis es wieder auflädt. Du, 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 zurück, ich bin gar nicht da. Äh, Moment, äh, äh, hippie. Äh, Mist. Ähm, hm, hm, toll. Äh, wie machen wir das jetzt, ähm, so, und, äh, äh, ähm, so, und so, und, x, so, dann geht man kämpfen. Warte mal, äh, äh, so, ähm, jawohl, ja. So, du noch, und. Oh, das war knapp. Ja, Leute, ähm, und mit dieser ganz knappen Szene hier zum Schluss, äh, beende ich jetzt hier wieder die Folge. Ich danke euch fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal, euer Legolas. Ich danke euch. Wiratsch. Wiratsch. Vielen Dank.